Und herzlich willkommen zurück, euer Robrik Heiser ist wieder am Start zum neuen Los, und zwar den Adventskalender und den neuen. Wir haben ja drei zusätzliche Chancen, sagt der Kalender. Es kostet aber 10 Euro und er ist viel zu groß für meinen Setupgrad. Ist eigentlich nicht gewohnt, ich muss mal wieder mit der Kamera selber aufnehmen. Dennoch, und nicht nur Capture, jups, wir zoomen rein ins wunderschöne Los und wir suchen, ähm, erstmal hinten die Anzeige, wie es denn mit der Lossehre und den Gewinnen ausschaut. Vielleicht sind wir ein bisschen weiter reingezogen, aber ey, was soll's. So, bitte roben Sie die Zahlflächen 1 bis 24 auf, auf der Vorderseite auf, ja, ja. Und dann müssen wir halt die übereinstimmen. Neu, drei Zusatzgewinnchancen. Man gibt Gewinnchancen. Unter den großen grünen Geschenksbeklein mit den Nummern 6, 12 und 24 haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich zu gewinnen. Finden Sie das 5 Euro Symbol, oh, gewinnen Sie sofort zusätzlich 5 Euro. Ah, das hab ich gar nicht gelesen. Gut, dass wir das lesen. Finden Sie weitere Zusatz, ähm, weitere Symbole, vergleichen Sie sich mit den Gewinntabellen. Das heißt, es bleibt der gleiche Kalender, wir kennen ihn schon. Elfmal die Sterne, obwohl die Gewinnsollenbobel könnten sich theoretisch ändern. Elfmal die Sterne, die 100.000 Euro. Zehnmal das Paket, 5.000 Euro. Neunmal der Sender, die 1.000 Euro. Achtmal die Kerze, die 100 Euro. Siebenmal der Baum, 50 Euro. Sechsmal der Schneemann, die 10 Euro. Fünfmal die Schneeflocken, die 5 Euro. Und viermal die Glocken, die 4 Euro. Wir haben auch höhere Gewinne. Der letztige Adventskalender war nur 3 Euro Mindestgewinn. Also, also der Mindestgewinn, ja. Stimmt schon mit Mindestgewinn. So, dann haben wir unsere Geschenksbonusdinger. Also unsere Bonusspieler, das kennen wir aber schon. Dreimal den gleichen, äh, Sack haben wir die Möglichkeit, 1.000 Euro zu gewinnen. Und dreimal den Geldschein, so haben sie 3 Euro gewonnen. Unsere Gewinntabelle ist natürlich hier auch aufgebaut. Dreimal der Hauptgewinn. Äh, die Losjahre besteht nur aus 1,2 Millionen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, dieses Weihnachtslos. Muss ich ehrlich sagen. Wenn man dreimal den Hauptgewinn hat und eine Losjahre von 1,2 Millionen, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu... Alter, 1 zu 400.000. 1 zu 400.000, um 100.000 Euro zu gewinnen. Also, das ist hier gar nicht mal so schlecht. Okay, wir haben auch ein 10 Euro lose. Das soll man nicht unterschreiben. Dann haben wir die Chance, 10 mal die 5.000 Euro zu gewinnen. Dreimal die 1.000, äh, 1.010 Euro. Dreimal die 1.005 Euro. Das ist halt das Bonusspiel, was theoretisch auch noch ausschauen kann. Äh, viermal die 1.004 Euro. Fünfzigmal nur 1.000 Euro. Hundertmal die 100 Euro. Zweihundertmal die 50 Euro. Fünfzigtausendmal fast die 15 Euro. Die 230.000 mal die 10 Euro. Wir runden noch ein bisschen auf. Zweihundertfünfzigtausendmal die 7 Euro. Zweihundertzehntausendmal die 5 Euro. Und 500, oder besser gesagt, 600.000 mal die 4 Euro. Ähm, da brauchen wir nix lesen, weil jedes losgewinnt. Das war ja klar. Und dann, wir rubbeln einfach mal los. Wir haben hier oben die Zusatzgewinnschancen. Fangen wir einfach normal wie ein Adventskalender an. Ach, den ersten müssen wir immer so machen, oder? Hier ist die 1. Wir haben das Geschenkspaket. Die 2. Ist hier. Ist ne Kerze. Die 3. Wo haben wir sie denn? Oben beim Center. Wir haben hier eine Schneeflocke. Die 4. Ja, wo ist denn die? Wo ist denn die 4? Ist immer so, so ne Suche. 1, 2, 3. Wo ist die 4? Die 6 ist da oben. Die 24 ist da unten. Da. Beim Rudolf an, 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 ja, an Geweih. 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 Wo ist denn die 5? Da. Am Auge von Rudolf. Sehr gut. Dann die 6 haben wir oben. Da haben wir unsere erste Gewinnzusatzchance. Mal gucken, wie das so ausschaut. Wir haben hier den Weihnachtsbaum. Und das Geschenk. Okay, wir haben auch mehrere Gewinnsymbole. Das ist also sehr interessant. Wir haben hier zwei Gewinnsymbole. Das heißt, wir müssen echt mehr gucken. Wir haben hier die 7. Eine Schneeflocke. Die 8. Haben wir hier. Ein Geschenkspaket. Die 9. Ich zähle gerade nicht mit was. Welche Symbole wir haben. Das schauen wir ganz am Schluss. Die 10. Wir suchen einfach nur die Nummern. Die 10 ist da unten. Die Red Nose ist die 10. Die 11. Das oben. Das Schuh von Santa. Die 12. Boah, wenn wir die 12. Ach, das ist schon wieder so ein großes. Ein großes Paket. Hier haben wir ein Santa. Und ein Paket. Also die Pakete verstecken sich gerne unter den Paketen. Aber wie gesagt, wir haben ja auch die Möglichkeit zusätzlich zu gewinnen. Also ich finde den Adventskalender dieses Jahr eigentlich ziemlich gelungen. Die 13. Die 14. Die 15. Wo ist denn die 15? Ach, da oben. Die 16. Wo binden wir. Wo binden wir den die. Ah, da drüben. Noch ein Paket. Die 17. Eine Glocke. Die 18. 4 Euro ist unser Gewinner. Also wenn wir drei Glocken haben. Oder vier Glocken. Dann haben wir auf jeden Fall 4 Euro gewonnen. Die 17 waren wir glaube ich. Kann das sein. Dann gehen wir halt auf die 18 oder so. Oder haben wir die auch schon aufgerubbelt? Nö. Ich glaube schon. Wir waren glaube ich schon ein bisschen weiter. Die 19. Die 20. Die 21. 22. Die 23. So. Und die 24 haben wir auch nochmal die Zusatzchancen. Ein weiterer 5 Euro zu gewinnen. Auf jeden Fall die Glocke. Und den Schneemann. So. Das ist jetzt die Frage. Was kann man denn jetzt gewinnen? Wenn wir dreimal die Glocken haben. Haben wir auf jeden Fall 4 Euro gewonnen. Wir könnten aber auch 5 Euro. 7 Euro. 10, 15. 10, 15. Dann müssen wir ein bisschen genauer schauen. Welche Möglichkeiten haben wir? 4, 5 und 10 haben wir. Und 50. 4, 5 und 10 und 50. So. Das heißt. Wir haben ein paar Möglichkeiten. Aber nicht so viel. Wir gucken erstmal ob wir unsere Glocken haben. Wir haben eine Glocke. 2 Glocken. 3 Glocken. 4 Glocken. 4 Glocken haben wir. Das ist jetzt nochmal safe. Bei 4 Glocken haben wir einen 4 Euro Gewinn. Die Möglichkeit haben wir natürlich auch 14, 20. Wir haben ja noch das Bonus. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Bis jetzt schaut es schon noch ein bisschen mager aus. Weil die Wahrscheinlichkeit bei 4 Glocken eher nicht so besteht. Wir haben ja einen Schein. einen Sack, Sack. Sack und ein Geldschein. Also Bonusspiel reißt uns auf jeden Fall keine 1000 Euro rein. Die wären nämlich auch möglich gewesen. Und deswegen gehe ich mal stark davon aus. Ohne dass ich zähle. Ihr könnt gerne nachzählen, wenn ihr das wollt. Aber ich gehe davon stark aus, dass es 4 Euro sind. Also legen wir es mal weg. Weil bei 4 Euro ist es die Wahrscheinlichkeit eigentlich gar nicht möglich. Etwas anderes zu gewinnen, außer 4 Euro. Leider echt so. Und naja, die 1400 kann man gewinnen. Oder bis jetzt die 1004. Die 7 Euro könnten wir theoretisch gewinnen. Wie viel kriegen wir denn beim Geldscheim-Symbol? 3 Euro. Okay, das wäre sogar möglich. Die 7 Euro. Die 7 Euro wären möglich, wenn man 3 Glocken hat. Jetzt rubbeln mir das aber erstmal die großen Pakete auf. Ich will mal gucken, ob wir wirklich so einen 5 Euro erscheinen da finden. Das ist ja zusätzlich. Wir haben eine Glocke und eine Kerze. Hier haben wir einen Sack, ein Paket und ein Sternchen gewesen. Eine Kerze und ein Paket. Den Hauptgewinn und ein Zusatzgewinn zu gewinnen ist auch sehr unwahrscheinlich. Deswegen wäre es sonst auf der Gewinn-Tabelle vermerkt. Und so, das spart natürlich ein Rubbler viel Sucherei. Wenn man weiß, man hat die 4 Augen gewonnen. Also das muss man echt gucken. Weil das kann alles mögliche sein. Wir rubbeln uns mal auf. Bis jetzt noch eine Glocke erst. Ist mal gar nicht so schlecht. Und wir schauen, wie viele Glocken wir so finden werden. Hier ist nur ein Schneestern. Da ist ein normaler Stern. Hier ist eine Kerze. Zwei Glocken. Zwei Glocken ist nicht mal schlecht. Man braucht ja nur vier. Schneemann, Stern, Paket, Kerze, Annencenter oder Weihnachtsmann, Center, Kerze, Kerze, Glocke. Eins, zwei, drei. Haben wir mehr? Wann mal. Eins, zwei und drei. Habe ich was übersehen? Nö. Ich glaube nicht. Wir suchen keine vierte Glocke. Bitte keine Glocke mehr. Bitte keine Glocke mehr. Da ist die vierte Glocke. Wir haben jetzt noch natürlich die Möglichkeit, die 7 Euro zu gewinnen. Indem wir dreimal die Geldscheine finden. Mal gucken. Geldsack. Schein. Schein. Bringt uns leider gar nichts. Zweites Brunsch. Geldschein. Sack. Sack. Leider auch nichts. Geldschein. 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 7 Euro. Rubbeln muss man studieren, ja? Rubbeln muss man echt studieren. So. Bei diesen Losen. Mal gucken, was überhaupt möglich ist. Dann braucht man nicht so viel zählen. Dann geht das auch schneller. Sehr gut. So. Pakete. Pakete. Pakete und Sterne. Pakete. Und Sender. Äh. Ach ja. Stimmt. Wir haben hier 7 Euro gewonnen. Das heißt, wir hätten auch die Möglichkeit, 1000 Euro zu gewinnen. Das hätte ich vergessen. Dann muss ich Pakete zählen, oder? Bei 1000 Euro. Nein. Sender muss ich zählen. Die 1000 Euro, die hat nämlich möglich. Oh Mann. Das hätte ich fast vergessen. Okay, jetzt sehen wir mal den Sender. 1. 2. 3. 4. Also hier ist es auf jeden Fall mal nicht. Wie schaut es beim anderen los aus? Sender wäre ja theoretisch auch möglich, aber... Nope. Das ist nicht mal ansatzweise eine Chance. Wir bleiben hier. 2 Pakete. 1 Stern. Noch 1 Stern. Das hätte ich fast vergessen. Das wäre ja sogar möglich gewesen. So ein 1000 Euro nebenbei noch rausrubbeln. Das hätte ich fast vergessen. Na, bleiben wir mal. 1 Glocke. Hoffentlich Platz bei der 1 Glocke. Ich nehme alles außer Glocken. Noch eine Glocke. Aber ihr könnt gerne die Glocke aktivieren. Wenn wir schon 3 Glocken rausrubbeln. Das könnte ja wieder ein 3 oder 4 Euro los werden. Ah, ich meine 4 Euro los. 30 Euro Einsatz darf man nicht vergessen. Das ist ein tolles Los mit 10 Euro. Aber 4 Euro bekommt man ja als Safe zurück. Die haben hier schon Safe zurück. Wir könnten die Räder auch einen Center rausrubbeln. Das dürften wir ja nicht vergessen. Aber für Center bräuchten wir, glaube ich, nur ein Stück oder so. Center. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centers sind aber 9 erforderlich. Das ist schon mal schade. 14 Euro sind nicht möglich. Deswegen müssen wir da unten schauen nochmal. 3 Euro, also sogar die 1.000 Euro ausrubbeln. Das ist ja die Bonuschance. Da haben wir ja noch viel Glück. Könnte man ja noch. Schein. Schein. Geldsack. Bringt uns leider gar nichts. Geldsack. Dreimal bräuchten wir hin. Schein. Schein. Das ist ja gar nicht mal so übel. Zweimal den 7 Euro gewinnen. Ich meine, früher haben die Lose auch 7 Euro gekostet. Das ist irgendwie Paradox. Aber wir haben zweimal 7 Euro gewonnen. Das heißt, wir haben nur 3 Euro Verlust. Das wäre beim normalen Kalender, das ist ja gar nicht möglich gewesen, weil da hat man meistens immer 4 Euro Verlust. Finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Das Los ist gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Rubelkais ist raus. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Oder ja, Mitglied zu werden. Tö, tö, tö.